Dann kann es ja weitergehen. Oh, Tentakel! Füll meinen Heat auf, den ich sowieso gleich verschwemme. Aber... Oh, hier ist eine Anpassungsstatue. 50.000. Ich könnte noch eine Violette... Die Violetten sind mir eigentlich nicht gar so ganz wichtig. Aber was man hat, hat man, ne? Hab ich jetzt Testen gemacht? Ja. 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 Da kommt jetzt ein Boss, komm. Hat der Motorrad nach mir geschmissen? Ich werde ihn prügeln. Cavaliere, Angelo! Die sind noch aus dem vierten Teil. Oh ja. Oh ja. War isend! But I can read all the rules. No upside at all we just need. Hmpf! Darwine! Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ah, komm! Ah, komm! Oh, brats! Alter, der Typ ist heftig. 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 Und wie macht man jetzt ein Foto? Das ist heftig. Alter, der Typ ist heftig. Nice! Nice! Whoa, looks like I took it a little too much. Trish, you okay? I've been better. Dante, that demon is... Shh, don't even think about it. Just rest. Dante! Okay. Take care of Trish for me. Take care of Trish for me. Dante, wait! Wait! Hey! Come on! Okay. Hey. Ich weiß nicht, dass er gewinnen kann. Mein Gott. Was bist du dann? Es geht nicht. Ich bin ein Schilder von meinem vorherigen Selbst, die alles verloren hat. Ich erzähle dir die Geschichte meiner Erinnerung. Oh, Cavalier. Mit einem Motorrad verschmolzene Teile von Cavaliere Anschlots. Kann zweigeteilt wie Doppelklinge schmucken. Oh, Alter, wie cool! Viele von Cavaliers Angriffe verfügen durch die Räder kontinuierlich Schadenzug. Verkette Angriffe und trifft mit den drehenden Rädern, um das Potenzial der Waffe voll auszumachen. Yamato! Die Waffe wollten wir auch wieder bekommen. Bekommt ihn... Nero? Nein. Obwohl, so ein Devil Trigger wäre noch cool für Nero. Aber er hat ja schon die Arme. Ich glaube, wir könnten Yamato bekommen. Ach, die Ursache kann man nicht nur mit Dante spielen. Interessant. Der Mann hatte einen Job, der muss sein, um seinen Bruder zu verhindern. Dante. 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 Evi-Chei, das tut mir leid. In order to defeat his younger brother, he could only do one thing with the crumbling flesh and feelings. He needed to separate man from devil with the strength of the Yamato. And eventually, the man became a true devil. I've tried to hold together my crumbling flesh with what little demonic power I have left, but I'm approaching my limit. In separating and regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes, foolish. I thought that maybe he could change my... Maybe fix. Maybe right my wrong. Tell me... Was this fool before you, right? Talk to me. Bye. I'm not your mama, Bee. You're a big boy. And you need to see this through. Dante's War. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie haben wir wieder 22.000 Punkte zu vergeben? Für was könnten wir die ausgehen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Gott! Oh Gott! Krass, Alter! Einfach mal überfahren, Alter! Oh Gott! 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 Das war's. Wow, das ist so cool! Es ist einfach so fucking cool, ey, ich kämpfe mit einem verdammten Motorrad! Nein, mein Essen habe ich nicht vergessen, sonst rennst du mir nicht so schnell an. Ich bin ein bisschen weggegangen. 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 Ich bin ein bisschen weggegangen.